Im Salzburger Elixhausen kommt beim Machl Fleisch aus der eigenen Fleischerei auf den Tisch. Die Regionalität, die schätzt auch der Gast bei uns sehr und mir kommt vor, dass die Leute wieder ein bisschen zurückgehen zu dem Ursprünglichen, dass sie einfach Dinge dort essen, in dem Land, wo sie vorkommen, wo sie angebaut werden, dass ich Dinge nicht vom anderen Kontinent wohin karren muss, dass das einfach nicht notwendig ist. Die Gastfreundlichkeit im Haus Machl lebt heute kulinarisch vom Prinzip der Regionalität. Hotel, Landwirtschaft und Metzgerei sind drei Standbeine, das auch immer weniger wird in der Hotellerie, dass auch noch eine Landwirtschaft und eine Metzgerei dabei ist. Und so kann der Küchenchef sprichwörtlich aus dem Volk schöpfen. Unsere Küchenlinie ist modern traditionell, würde ich sagen. Wir verwenden Produkte aus der Region, bereiten die so mit diesem neuen Pepp eben zu, den man jetzt braucht, den der Gast will, aber es ist schon sehr bodenständig. Und heute machen wir eine geschmorte Lammkeule, im Ganzen geschmort, einfach mit Knochen und ein bisschen so den Eiketschup zu haben. Jetzt wird das Gemüse angeröstet. Das ist ein ganz normales Wurzelgemüse. Sellerie, Karotten, gelbe Rüben, Zwiebel. Um einen Geschmack an der Farbe in die Sauce zu kriegen. Küche Kräuter sind mir sehr, sehr wichtig in unserer Küche. Wir haben einen eigenen Kräutergarten und schauen einfach, dass wir teilweise Kräuter sehr provokant verwenden. Wichtiger wäre es teilweise, die Leute einfach daheim wieder dazu zu bringen, normale Geschmäcker zu kochen und weg von den Kabinen jetzt zu kommen. Der Sonntagsbraten gehört ebenso zur Region, wie die ganze Familie. Die Gmachels sind in Willigshausen eine Institution. Wir sind ja das älteste Familienunternehmen Österreichs. Uns gibt es seit 1334. Ich bin die 24. Generation und wir haben schon wieder drei Kinder. Also wir haben für die 25. Generation auch schon wieder gesorgt. Nachdem wir auch selber im Haus wohnen, heißt das einmal, dass die Gäste sich in unserem erweiternden Wohnzimmer befinden. Und dementsprechend ist auch die Dekoration von meiner Frau. Tradition und Moderne verschmelzen zu regionaler Gastlichkeit mit vier Sternen. Diese Region hier schmeckt sehr. Egal ob Fleisch oder Fisch. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Produzenten.